Habt ihr schon gemerkt? Die Vögelchen draußen zütschern immer fröhlicher. Denn die Tage werden schon merklich länger. Das ist so schön! Und auf den Märkten leuchten die dicken bunten Tulpenbunde. Alles Leben wacht peu à peu auf. Und das möchten wir mit euch ganz besonders bunt zelebrieren. Denn gerade in dieser Zeit des Jahres stellen wir fest, dass Farben viel mehr sind als nur Farben. Farben haben etwas Erfüllendes. Sie sind so lebendig und symbolisieren richtig viel Spaß, Freude und Leichtigkeit. Und ich denke, gerade jetzt ist es für uns alle von besonders hohem Wert. Daher seid ihr alle ganz herzlich eingeladen zu unserem bunten Zoom-Karnevals-Tanz-Event. Und seid alle mit eurem allerliebsten Lieblingskostüm dabei. Wir freuen uns riesig auf euch und sind schon sehr, sehr gespannt auf eure Kostüme. Woohoo! 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 Wohoo! Hallo, Dänzers! Happy Carnival! I hope to see you on our very special online dance class, Carnival Thief. So put on your costumes and get ready to party on February 13th online. See you there! I hope to see you in the next video. Bis zum nächsten Mal.